UNTERTITELUNG Hast du das schon mal erlebt? Dass du denkst, du kennst jemanden... ...so gut wie du ihn nur kennen kannst. Und dann... ...eines Tages... ...in die Orte! Wird dir klar, dass du dich geirrt hast? Das war schon verrückt, was ihre Mom getan hat. Wir haben nicht viel Zeit. Du musst hier weg. Du darfst mit niemandem reden. Keine Anrufe, keine Textnachrichten. Aber da sind einfach ein paar Dinge. Immer wenn ich denke, dass ich endlich etwas weiß... ...hab ich noch mehr Fragen. Wir alle tun Dinge, die wir lieber vergessen haben. Mom, sag mir nur die Wahrheit! Wer sind sie? ... ... ... ...